So, Hallihallo, da oben seid ihr, Hallihallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf YouTube von Minecraft, Stoneblog, beziehungsweise zu einem Stream heute, im Stream, herzlich willkommen und die Sonne geht gerade auf, es ist wunderschön hier mein improvisiertes, eine improvisierte Windmühle dreht sich schön, Oh, der Schatten sieht doch geil aus, äh, genau, willkommen zu einer neuen Partie Minecraft, Stoneblog, wie gesagt, ne, nicht wie gesagt, ich hab's noch nicht gesagt, ich sag's jetzt zum ersten Mal, ähm, Stoneblog ist es nicht mehr so wirklich, ich hab nämlich ein bisschen, äh, dran rumgespielt, deswegen hab ich's jetzt auch Stoneblog Customized genannt, denn ich habe, äh, eine Mod rausgeschmissen, und zwar die Mod, die sich nennt Stoneblog Dimensions, Stoneblog Dimensions, Heißt, die Mod, die ich rausgeschmissen habe, und zwar hab ich das aus dem Grund getan, diese Mod sorgt nämlich dafür, dass, äh, es keine Nähter mehr gibt, was ich nicht wollte, weil ich wollte auf jeden Fall Nähter haben, ähm, äh, stattdessen macht sie eine, ähm, ja, eine Mining Dimension nennt sich das, das heißt, das ist, ähm, das heißt, äh, ja, im Prinzip so ne Art Rohstoffwelt, ähm, die aber nur aus Steinen und Erzen und so weiter besteht, und in die man kommt, in die man einfach 255, äh, Blöcke in die, in die, in die Luft baut, also die quasi am, also, Minecraft ist ja bei 256, ist ja der, ist der Schluss, da ist ja die Welt zu Ende, und quasi, wenn man da drüber geht, dann, äh, befindet sich ja eben noch eine weitere Dimension, in die man eintritt, und, äh, da kann man eben drin rumminen, und, äh, ja, weitere 256 Blocke darüber befindet sich dann das End, also das End kann man auch betreten, aber halt nicht so, wie man es normalerweise in Minecraft betritt, sondern eben, indem man einfach nach oben geht, und das wollte ich nicht, wie gesagt, ich spiel ja Stoneblog nicht, weil ich die, ähm, den Spiel, das Spielsystem so geil finde, sondern eben, weil ich die Mods so gut finde, die Zusammenstellung der Mods, und deswegen hab ich das wieder ausgebaut, ähm, also ein bisschen angepasst, nicht mehr ganz Stoneblog 2, nur damit ihr Bescheid wisst, und euch nicht fragt, warum ich denn ein Ederpotter habe, das funktioniert, wenn ich doch Stoneblog 2 spiele, das ist die Erklärung. So, genau, jetzt wollen wir heute aber einmal ein bisschen machen, und zwar, ich werde hier noch ein bisschen an dem Aquadukt, und ein bisschen an meiner Mine, äh, Schmiede rum, rumbasteln, und zwar habe ich mir Folgendes überlegt, und zwar werde ich das hier nochmal wegbauen, ich werde jetzt hier eine Mauer hinbauen, ähm, die mich gegen die Mexikaner schützt, die dahinter sind, nein, Quatsch, ähm, ich werde hier eine Mauer einbauen, damit ich, also, das wird jetzt nicht hier nicht so stufenweise runtergehen, sondern einfach, zack, nach unten, äh, und zwar, ab hier, also hier baue ich jetzt noch voll, und dann baue ich einfach eine Mauer dahin, das sieht dann so ein bisschen befestigt auf, aus, habe ich die Hoffnung, ähm, ein bisschen wie so, wie so eine Kaimauer, nur dass halt da unten noch kein Wasser ist, sondern eben, ja, so, noch mehr Land. Wie ich das hier mache, weiß ich noch nicht, da muss ich eh nochmal gucken, das sieht eh noch ein bisschen nicht so schön aus, ähm, jo. So, habe ich mir überlegt. So, ich muss ein bisschen aufpassen hier mit der Höhle. Und das Aquädukt werde ich dann auch nochmal ein bisschen umbauen, da werde ich, werde ich auch eine Mauer draus machen, also, dass das gar nicht so offen ist, sondern so eine Mauer und dann so, ich weiß nicht, ob ich einen Torbogen dahin mache oder zwei, muss ich mal gucken, wie es vom Platz her reicht, aber dass das eben so ein bisschen aquäduktiger aussieht. Im Moment sieht das ein bisschen, ja, wie so, dein Brücke auf Stelzen aussehen, weiß auch nicht, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir einfach nicht. Und dementsprechend machen wir hier jetzt mal ein bisschen wieder weg. Gucken, dass er uns hier nichts abschießt oder so. So, die ganze Erde nehmen wir aber mit. Die brauchen wir noch, die machen wir nämlich wieder hier direkt im Moment hin. Muss ich mal gucken, da kommt dann die Mauer hin, das heißt, warte mal, Ackel kommt auch weg. Vielleicht bis dahin kommt die Erde. Wenn ich das richtig sehe. Hä? Genau, das heißt, wieder ein bisschen bauen, aber es soll ja so langsam schön werden hier. Und so nach und nach wird es das auch, glaube ich. Hoffe ich jedenfalls, hoffe ich. Deswegen habe ich auch vorhin gleich als erstes mal die Steine da in den Ofen geschmissen, damit wir eben noch so ein paar von diesen Steinen hier bauen können, weil ich möchte eigentlich damit bauen, das sieht, glaube ich, am besten aus. Jo, genau. So machen wir das. Das machen wir hier wieder weg. Auch das Holz hier kommt weg. Dann wird es hier auch nicht mehr so runter tropfen. Also außer an der Stelle, wo man drunter her geht, aber das ist mir dann eher, ich dachte, relativ wurscht. Ist ja dann vielleicht sogar ein ganz cooler Effekt. Aber ich glaube, das wird insgesamt sehr viel besser aussehen. Und ich glaube, das mache ich auf der Seite dann auch noch. Ich weiß noch nicht, wie weit. Auf jeden Fall möchte ich hier dann eigentlich so eine Treppe runter bauen. Also eine richtige Treppe halt. Und das hat auch den Vorteil, das zeige ich gleich, hat auch den Vorteil, dass ich hier dann den Fluss weiter bauen kann. Also ich kann das hier dann zumachen und ich kann den dann quasi hier rumlaufen lassen. Dann komme ich hier mit meinem Weg besser klar. Das hat nur Vorteile. Ich sage es euch. Nur Vorteile. Okay. Okay. Ups. Das hätte ich gar nicht gemusst, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Egal. Ich mache es wieder hin. Und hier muss ich nochmal weg machen. Und das hier auch. Und hier unten dann eigentlich nicht, weil da kommen ja eh Steinblöcke hin, wenn ich das jetzt richtig durchdacht habe. Genau. Dann hole ich mir mal meine... Warte mal. Vielleicht habe ich sogar noch ein paar. Vielleicht habe ich sogar noch ein paar hier in der Kiste drin. Nein. Habe ich nicht. Habe ich hier irgendwas noch, wo was drin sein könnte? Wozu ist eigentlich diese Part-Chest? Kann mir das jemand erklären? Irgendwie... Irgendwie nutzlos. Ja, und dann wäre es auch langsam an der Zeit, mal das Wasserrad so in Betrieb zu nehmen, dass es auch tatsächlich Strom produziert. Haben wir hier noch... Ah ja, guck mal, hier habe ich auch noch welche. Sehr gut. Nehme ich alle mal mit und dann gucke ich mal, was ich draus machen kann. Hallo. Hallo Sinister. Du wolltest doch Serie gucken, dachte ich. So, schauen wir mal hier. Alter, Wahnsinn. Selber. Gleich... Gleich geblockt. Timeout. Ach so. Das machst du Multitasken wieder. So, und dann kommt nämlich hier das alles noch weg. Das hätte ich eigentlich auch direkt weg machen können, ne? Na ja. Ich habe irgendwas beim Chat rumgestellt übrigens. Ich glaube, da werden jetzt irgendwelche Symbole angezeigt, die vorher nicht angezeigt wurden. Kann das sein? Als ja, ich war's. Dann haben wir hier die Steine. Ja, na ja, da... Ja, das ist wohl so. Ich glaube, wenn man Mods blockt, fackeln einem die Hütte ab in Minecraft. Oh, das ist aber nett. Exclusive. Vielen Dank. So, dann bauen wir hier nochmal was von denen. Dann haben wir nämlich jetzt... Zuck, zuck, genug wohl. Ich hoffe genug. Och. So, dann haben wir hier so eine schöne Mauer. Oh, und hier müssen wir dann auch nochmal ein bisschen was anders machen. Lass mich das mal so gerade zumachen. Und ich glaube, das kommt dann weg. Und das kommt, glaube ich, auch weg. Und wahrscheinlich auch das und das. Oder ich weiß es nicht. Ähm. Ja, das wird hier so lang laufen. Das heißt, da kommt noch... Warte mal, es wird gerade dunkel. Ich gehe erst mal schlafen. Okay. Ich bin... Ich gebe mir Mühe. Aber der hier mit dem Creeper, das mache ich nicht nochmal. Das war ein ganz schöner Kackdrecks letztes Mal. Weil der mir die halbe Hütte weggesprengt hat. Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt also so spannend. Wie nennt es sich das Aquädukt-Aquädukt-Neubau? Aquä-Aquä-Aquä-Neu. So, pass auf. Ja, wie mache ich das denn hier? So, sieht das gut aus. Sieht das einigermaßen aus. Und hier auf der anderen Seite. Puh. Warte mal, ich probiere mal was. So, sieht das aus? Was ist denn das da? Ach ja, das kann man so lassen, oder? Und dann würde ich jetzt halt hier, wie gesagt, so... Zack, 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 zack. Mach ich in der Mitte dicht, man sieht es ja eigentlich nicht, ne? Äh, komm, die spare ich mir. Ich mache erst mal die ganze Reihe und gucke dann mal, was ich wegnehme. Okay. Okay. Und zwar in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit mache ich das. Oh, jetzt habe ich gar nicht mehr genug. Bist. Da haben ja noch welche gebrannt, ne? Habe ich nicht noch sogar welche? Ne, das reicht nicht mehr, das reicht nicht mehr, das reicht nicht mehr. Ne, das reicht nicht mehr. Hier habe ich übrigens, das ist meine Brücke hier. Statt dieser kotzigen Brücke. Einfach so ein paar von diesen, äh, Teich, Teich, Rosen... Oder Dings, Rosenteich, Teich. Glaub, so heißen die. Das ist die, äh, professionelle Bezeichnung dafür. Teich, Teich, Rosenteich. Blätter. So, erst mal ein Kartoffelchen essen. Und dann mache ich mir noch mal ein paar von den Dingern. Ich brauche eh viele. Ich werde ja noch Treppen brauchen. Wird wahrscheinlich auch nicht reichen. Ah, hier kriege ich eine Treppe raus. Zack. So. Jetzt muss ich mal überlegen. Wie mache ich das? Mache ich das hier dann? Ich glaube, ich mache das dann hier auch noch so. Ich mache das hier auch noch so. Doch, 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 doch. Doch, doch, doch. Heißt, ich muss den ganzen Kladderadatsch hier auch wegnehmen? Hallo, Zombies. Ja, ja, ist ja gut. So, die Steine hier weg. Die Steine hier auch weg. Ah, es geht schon ziemlich flott mit der Spitzhacke jetzt. Das ist schon ganz nice. So, hier machen wir mal ganz kurz auch weg. Weil ich noch nicht weiß, wo dann der Durchgang ist. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Also, das Haus geht bis da. Und das ist dann bis hier. Au. Sag mal. Ist das eigentlich cool mit den Treppen hier oben? Ja, doch, das ist ganz cool eigentlich. Oder? Ich glaube schon. Dann mache ich ein oder zwei Durchgänge. Also, theoretisch habe ich hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Platz im Durchgang. Sollte zwei sein. Zwei breit sein. Also, ja, 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 doch. Machen wir zwei Durchgänge, ne? Machen wir zwei Durchgänge. Dann würde ich sagen, hier, äh, warte mal, wo war das jetzt? Ja, hier ist der erste. Lassen wir einen Platz, dann machen wir zwei. Und dann lassen wir hier auch eins, zwei. So. Hier sind drei dazwischen. Ja, ich glaube, das mache ich so. Doch, das mache ich so. Und dann hatte ich mir gedacht, mache... Ja, ist ja gut. Dann hatte ich mir gedacht, mache ich das einfach so. Dass ich hier die Treppen... Warum nimmt er die Treppen jetzt nicht in die Hand? Nimm die Treppen in die Hand. Danke. Treppen dann so hin mache. Und dann habe ich hier so einen schönen... Quasi-Torbogen. Hm? Auch gut. Dann muss ich mal gucken, wie ich das jetzt hier mache. Kompress-Zombie steht da. Da steht Kompress... Was ist denn ein Kompress-Zombie? Äh... Ja. So, auf jeden Fall muss ich dann hier auch... Ich... Ne, da hinten eigentlich nicht unbedingt. Naja, es ist egal. Komm. Da auch dicht machen? Da kann ich jetzt nicht dicht machen, weil das Slaps sind. Naja, dann muss ich die Slaps wegmachen. Äh... Und dann machen wir hier auch nochmal die Treppen hin. Und dann sieht das so aus. Ist doch ganz gut eigentlich. Oder? Dann machen wir hier die Slaps weg. Ach ja. Ja doch, aber das passt. Dann machen wir da einfach dicht. Ja. Ja, gerade ein Zombie laufen. Nö. Sieht das okay aus? Sieht das... Sieht das okay aus? Ich glaube, das sieht okay aus. So, und das machen wir dann hier auch eben auf der Seite auch noch. Also hier das weg. Dann kommt quasi... Hier wird ganz... Ups. Hier wird ganz... Hallo? Hier wird ganz zugemacht. So, dann hier auch. Und... Hier auch. Boah, ich muss da gleich mal runtergehen und den Zombie töten. Nervt ja ohne Ende. So, warte mal. Ich glaube, da oben ist jetzt noch ein bisschen Zeug drin. Kann das sein? Dass hier das Zeug schwimmt? Ja, guck. Jupp. Au. So. Und dann haben wir das hier so. Zack, zack. Und zack. Und... Zack. Jetzt sieht das doch aqueductiger aus, oder? Das sieht doch jetzt viel aqueductiger aus. Einzige Frage ist, ob ich hier jetzt noch ein... Eigentlich müsste ich hier... Warte mal, wie ist das denn? Ach so, das ist das. Okay. Okay, das heißt, ich müsste wahrscheinlich... Eigentlich müsste ich das hier weg machen. Und da müsste ich dann eine Treppe hin machen. Ja. Ja, ja, doch. Das ist noch besser. Ja, doch, 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 doch. Also, das hier weg. Und eine Treppe hin. Sieht gut aus, oder? Kann man lassen. So, mal gucken, ob jetzt oben noch was rumliegt. Äh, liegt. Ja. Jede Menge sogar. So, ich schwimmt hier alles. Ist nur noch die Frage, wie wir das jetzt hier oben machen. Ich würde hier dann auch, habe ich mir überlegt, Ich werde dann hier wahrscheinlich auch eine Tür machen. Hier ist eine Tür. Eine Stahltür oder so. Und werde dann unten drunter einen Weg zu meinem Haus machen. Also, in den Keller quasi. Da baue ich noch einen Keller und da baue ich dann einen Weg durch. So, vielleicht kann ich, wenn ich sowieso den Stein habe. Vielleicht kann ich dann quasi den ganzen, die ganze Bahn hier des Wassers auskleiden mit dem Stein. Dann müsste ich allerdings auch da unten das machen. Dann würde ich jetzt mal wiederholen.